Der Gläscherwalk ist unser nächstes Abenteuer auf über 3000 Meter. Das ist ihnen allein und vor allem bekannt wegen der wahnsinnigen Sicht. Wenn wir ein bisschen höher sind, können wir zeigen, welchen Gipfel wir sehen. Genau. Achtet hier hinten, wir sehen das Matterhorn. Musst du vielleicht ganz, ganz fest hinzuziehen? Auf dieser Seite sehen wir Eiger, Möch und Jungfrau. Und hier ist der Mont Blanc. Das ist der Mont Blanc. Hast du einen? Hallo? Ihr wollt den Gläscherwalk machen? D'accord. Was? Was sagt der Mont Blanc? Hier, es ist gefährlich, es gibt krevasse. Hier, es ist schmerz. Ja, merci. Ja, du zu weit. Ohne Beutro in Ersoir. Ohne Beutro in Ersoir. Ohne Beutro in Ersoir. Ohne Beutro in Ersoir. Die Talanege. Die Talanege. Die gefällt mir auch. Hast du doch schon auf dem Glasser 3000? Hä? Ja, ja. Eine typische Welt. Die Sicht ist echt ein bisschen bescheiden. Ist es manchmal auch wirklich schön hier? Ja. Es ist sehr viel Schöne auf dem Glasser 3000. Schau, ich zeig dir das schnell. Ja, genau. Danke für die erste Zeit. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Schöne. Nous sommes passés la route en bas. Oui. 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 Wir stehen im Sommer des Unterneuten. Hier und bei der Unterneuten. Hier und bei der Unterneuten. Hier und bei der Unterneuten.